Ich habe halt persönlich den Weg gewählt, Studium mit Fußball zu verbinden. Ich bin hier rüber. Du spielst hier trotzdem noch auf einem guten Level Fußball, aber hast halt die Komponente mit der Universität, was ich persönlich richtig gut finde. Also ich bin der Johannes, ich spiel's namen Hansi, so nennen mich eigentlich alle. Wir sind hier an der Fordham University. Ich spiele Fußball für die Uni. Die ist in der Bronx, aber ist relativ nah an Manhattan dran, so gute Lage. Ursprünglich komme ich aus einem 300-Einwohner-Dörfchen in Deutschland, bin aber relativ früh an Sindernaht in Jena gegangen, Sportgymnasium, mit zwölf Jahren. Ich habe nach meinem Abitur dann für ein Jahr nur Fußball gespielt in der ersten Mannschaft in Jena und bin dann rüber nach Amerika. Überhaupt aufmerksam auf die Idee, nach Amerika zu gehen, war ich ca. zwei Jahre vor meinem Abitur. Aber intensiv mit dem Prozess habe ich mich ca. ein Jahr, bevor ich nach Amerika bin, auseinandergesetzt. Klar, man kann immer spekulieren, wie es in Deutschland gelaufen wäre. Vielleicht wäre es früher gegangen als Regionalliga, vielleicht Dritte Liga, vielleicht Zweite Liga. Aber ich finde, es ist eine richtig gute Sache. Du findest Freunde fürs Leben in aller Welt, was natürlich sehr wertvoll ist. Du hast jetzt College-Experience, du lernst Englisch. Und der Unisport hier in Amerika wird schon richtig professionell betrieben. Die Einrichtung ist extrem professionell. Ich studiere also Finance. Mit einem Business-Degree hast du richtig gute Möglichkeiten hier in New York City. Ich kann mir vorstellen, in Amerika zu bleiben. Gerade hier in New York City ist es ein gutes Leben. Also ich bin generell für vieles offen. Gerade durch den Schritt hier nach Amerika wird man vielleicht noch ein bisschen mehr weltoffener. Das geht. Danke sehr.